Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2x2. Jetzt habe ich vergessen, sich umzustellen, ist immer noch zerk. Kann nochmal auf die Mental-Checklist zurückgehen. Ja, muss ich mal kurz aufmachen hier. So. Ja, jetzt kicken wir die ab, ne? Ich nehme vielleicht auch nochmal die Mental-Checklist. Je nachdem, ich komme wieder alteraner, also kann ich nochmal die Mental-Checklist zurückgehen. Der erste Punkt, zeigt Minimap-Gefahr. Nein. Wer immer noch nicht versteht, worum es hier geht, soll bitte... Die Anfängerserie gucken. ...drei Folgen zurückgehen. Die Anfängerserie ist ja noch nicht da. Das sind ja Testläufe für die Anfängerserie, ja? Ob wir das können. Ja, ob das generell verständlich ist. Aber wenn Zalrock dieses Fluss-Diagramm schon mal versteht, kann das ja schon mal nicht so dumm sein, dass es nur ein Nergrix versteht. Das muss ja schon für normale Menschen offensichtlich verständlich sein. Nee, da kannst du nicht mit Kiong-Problem. Weil das ist ja immer so eine Sache. Wenn man selber so eine Grafik erstellt, dann weiß man auch, was damit gemeint ist. Das heißt aber noch nicht, dass andere Leute das verstehen. Ja, wie im Projektunterricht in der Schule. Ja, oder wie beim Coden. Wenn du keinen Kommentar schreibst, dann weiß keiner, eigentlich auch zwei Wochen später, du nicht mehr, was du da eigentlich gemacht hast. Ja, das stimmt. So, hier, du dort und dann hier. So, dann nochmal... Ach nee, ich kann ja... ...gehen hier, nochmal zwei Workcarts. So, dann werden wir jetzt gleich... Nochmal einen fallen lassen. Dann werden wir... Genau, und dann werden wir gleich den Pool in Auftrag geben. Das ist nämlich wichtig und richtig. Steht zwar nicht im Diagramm, aber mach dir nix. Doch. Bauern neue Produktionsgebäude müsste da stehen. Ja, aber da steht nicht Poolbau. Ja, weil es allgemein gehalten ist. Das ist ein neues Tech-Gebäude, glaube ich, bei dir. So, fang wieder von vorne an. Zeig mir nicht mehr Gefahr. Nein. Ich sehe schon kommen, dass Leute hier irgendwie... ...die streamen und plötzlich sagen sie im Stream, andere Streamer, zeig mir nicht mehr Gefahr. Nein, dann... Das stimmt ja kaum noch auf Deutsch. Dann zu bleiben. Außerdem ist das kein neues Konzept. Das hat Day9 vor acht Jahren... Ich dachte, das hast du entworfen. Nein. I make you... Sonst hätte ich das noch nicht Mental Checklist genannt, ja. I make you StarCraft.com oder so. Ich hab das ein bisschen abgewandelt von dem, was damals Day9 gemacht hat, weil das Spiel hat sich halt hart weiterentwickelt. Aber die Grundsachen sind halt immer noch die gleichen. Ich weiß noch, in Heart of the Swarm, glaube ich, war das, wo halt einfach jedes Spiel um 830.000 Jahre verzögert hat, weil du einfach drei Worker hattest. Achso, nee, das war ja generell bis Legacy of the Void, die ersten fünf Jahre, bist du mit... Jetzt fahre ich selber gar nicht mehr. Sechs Workern, glaube ich, gestartet. Bisschen rumgekrebelt, sagen wir es so. Ja, also ich finde, das ist ein echt toller Change da. Aber genau darauf waren diese Mental Checklists halt auch so ein bisschen angedacht. Die sind direkt gestartet, leicht mit einer Build Order. Aber da ist dann halt dieses Worker-Bauen auf einer Basis immer noch sehr sinnvoll, weil wir brauchen jetzt auf einer Basis kaum noch Worker. Ja, der Gegner, da hätte er jetzt mal die Mental Checklist. So, die Mental Checklist. Die Mental-Leute. Die nehmen andere Leute. So. Was ist denn der andere überhaupt? Eine ist Zerg, der andere... Was anderes. Oh, auch Zerg. Leertag, ziemlich früh. Also ziemlich früh. Mutas. Mutas incoming. Vor allem hatte der, glaube ich, nicht mal eine Queen. Oh, das ist Le Fermi, ob der wohl Le Chere kennt? Oh, ja, wollte ich gerade. Das ist Verwandt wahrscheinlich. Overlord. Brauchst du Overlord? Absolut. Brauchst du Overlord? Das ist ja auch auf Türkisch machen. Mit Scharf. Overlord mit Scharf, bitte. Und der hat auch einen Roach von. Der hat irgendwie alles schon. Der hat einen Leertag jetzt durch, übrigens. Okay, geil. Ich habe halt einen Bailing-Nest. Das trinkt mir dann überhaupt nichts, wenn er Roach gespielt. Aber, also, mal ehrlich. Leertag jetzt durch ist schon ganz schön früh, oder? Ja, ich sage doch, vielleicht macht der einfach richtig früh Mutas. Ja, aber dann hätte er doch keinen Roach-Run gebaut. Ich nehme an Roach-Speed. Push. Gefahr! Ja. Nein, jetzt habe ich, glaube ich, meinen Worker aus Versehen weggeschickt, weil der meinen Reaper nicht ausgewählt hat. Guck mal, ich kann die Linke killen, weil ich auf dem Highground stehe. Du bist so ein geiler Dude. Ich gehe nochmal auf den Highground. Es waren ganz schön viele Linke übrigens, pass auf bei dir. Ich habe noch nie einen geileren Dude gesehen als dich. Pass auf bei dir, sofort Bailing-Nemorp. Nein, ich habe mich nicht an Schema gehalten und deshalb keine Devos gebaut. Wie weit der Bailing-Nemorp gegen Linke ist doch jetzt nicht so eine schlechte Idee. Ja, aber, also, du musst einen auch ein bisschen noch mehr sehen von der Welt auch generell. So. Hier alles zwei. Da auch alles zwei. So. Mehr Produktion benötigt? Ja. In Form von neuer Basis. So. Depos notwendig? Eher nicht. Basis notwendig? Absolut. Nein. Makrofähigkeit geht nicht. Also wieder mit Workern starten. Nein, nicht die Worker einfach in die Base schicken, sondern dahin schon. Production auf Plustern. Hast du jetzt hier hingekackt? Ja, hat er. Ungefähr, ja. Kannst du wieder nach vorne und den, 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 den Bass droppen und den Creep spreaden. Sie kommen jetzt an meine Rocks, aber da habe ich schlauerweise was hingebaut. Habe ich über die Minimap gesehen. Roaches kommen übrigens von Le Fernier. Le Fernier. Mercredi. Le Weekend. Das heißt übrigens echt Le Weekend. Das Wochenende. Was heißt Le... Ach so, ich bin ein Ent oder so. Ich fände das schön. Überall eben die französische Worte, aber nein. Le Weekend. Mit Bindestrich. Da dachte ich auch. Ja gut, ich meine, das haben sie ja bei Le Cherie schon gemacht. Ja, aber das war ja ohne Bindestrich. Jetzt fangen sie hier wieder an. Jetzt bin ich ja gerade weggelaufen. Ich glaube, du musst gleich zu mir kommen, weil das sieht nach viel aus. So sind beide, glaube ich. Warum? Du musst dich ans Schema halten, Seilrock. Ja, ich habe gerade Overlock gebaut. Ich versuche zu kommen. Pass auf, der hat auch Banninger. So, ich bin jetzt gleich tot, aber ich habe alle Banninger getötet. Wenn du jetzt kommst zum Surround, sehr gut. Klimaarbeit nennt man das. Meine ersten beiden Minimages sind jetzt auch übrigens da. Heilen! Pass mit deinem Banninger auf, nicht in die Roaches wasen. Ja, äh. Hat es funktioniert? Nein, hat nicht. Bleiben Sie hier, bleiben Sie stehen. Ne, du nicht. Jawohl, abgewährt. Von Klaus Löhrer. Gefahr auf dem Minimage. Nein, Arbeiter bauen. So viele Ressourcen, absolut. Production bauen. Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter. Arbeit, Arbeit. Zwei, da hin, ein, da hin. Wie geht's eigentlich raus? Gibt's da schon Informations? Ne, aber spätestens zum BlizzCon. Aber, also theoretisch müssten Sie ja nach, na, wenn Sie das deutsche Recht einhalten, und das müssen Sie ja eigentlich, muss es vor der BlizzCon sogar kommen. Weil es darf ja ein Produkt in Deutschland nur ein Jahr lang vorbestellt sein. Bestellbar sein. Bei dir kommt Mutters. Finde es gut, dass sie bei dir sind. Kann ich noch reagieren? Ja, aber gut, dass ich zurückziehe, weil ich mit Linken ankomme. Vorne. Oh, der andere kommt auch wieder zu mir. Jetzt musst du gleich wieder zu mir kommen. Einen kann ich abwehren, aber nicht beide. Verbündeten werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Da kommt der Rock zur Hilfe. Und ich stehe auf dem Highground und halte stark Stand. Können Stand halten, sagt man auch. Ich muss mal hier liften schnell. Ich habe ein paar Worker verloren, weil ich muss... Du kannst mit deinen Linken auch einmal angreifen, in der Unten, bitte? Ach, das sind noch welche? Ja, du wirst gerade dreimal wieder weggerannt. Gut, und wieder zurück mit euch. Kurz einmal gegenheilen und dann angreifen. Äh, nicht angreifen. Oh, oh! War eine Bainlinge. Der Morphial. Ja, dann geht er mal weg. Ich versuche, die zu töten. Das war meiner! Ja, den hast du da auch reingeschickt mit einem Detekt-Roof. Ja, ich wollte halt hart, äh, eskalieren. Ich habe den auch nicht getötet. Der ist halt einfach explodiert gegen die... Er hat drei Bob-Marie gehabt. Okay, er war lebens... Ja, war ein Suizid, halt. Ich komme! Da musst du was gegen tun. Da bin ich nicht so stark gegen. Ja, mit meinen fünf Marines mache ich das mal eben. Ich habe echt leider nur so viel... Hilfe, ein Möwe! Warum? Ich habe doch Combat Shield erforscht. Wahrscheinlich nicht. Doch. Ich habe hier das Gas vergessen. Wir haben auch Combat Shield. Das ist der Skin! Mit dem Skin sie das... Ah, jetzt. Der Skin von dem Combat Shield ist winzig. Ich versuche, die Mutters zu fokussen, damit du dich um den Rest kümmern kannst. Ich explodiere gerade völlig... Teamarbeit! Oh, du bist aber hart explodiert. Ja, ich explodiere gerade völlig sinnlos von mir. Ja, das ist schlecht, weil jetzt sind noch ganz schön viele Einheiten da. Aber Le Charest oder so ist schon raus. Warum bist du da rausgegangen? Also, ich habe das Gefühl, wir verlieren hier gerade. Ich habe nämlich nicht mehr so viel. Ich komme erst wieder nach. Aka, drei Marines. Ich komme erst wieder nach, Leider. Ja, ich auch. Ich habe auch relativ viele Ressourcen, aber... Nein, will ich nicht! Ich habe vielleicht eventuell Fehler gemacht. Ich bin explodiert. Und du kennst wieder das Gefühl, wenn man einfach mal sinnlos vor sich hin explodiert. Ich finde das schrecklich mit diesem Skin für die Marines. Das ist echt so, als hätten die keine Combat Shield. Ich mache mich wahnsinnig. Komm, wir machen jetzt den Surround. Easy, brauchen wir nicht mal. Stimmen regelt. Ach, du hast jetzt Stimmen. Ja, schon lange, aber ich hatte... Ja! Meine Ultras wären doch fast fertig! Alles liegt an der Mental Checklist. Ich hatte zwar 2.500 Mineralien, aber wir wurden befördert... Ich hatte 5.000! Kann ich jetzt klicken, mit der Titel... Metal Checklist bringt uns in Diamond. Abonniert diesen Kanal und subscribe mich auf Snapchat. Ich weiß nicht, ob die Folgen von Anno Früher kommen, wo wir darauf eingehen. Ich glaube nicht. Doch, vielleicht. Ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben. Wir haben so eine... Wir haben... Also, wenn er weiter gespielt hätte, hätten wir das verloren, aber... Nee, glaube ich. Also, wir haben... Ich habe mich jetzt... Wenn du mal einmal auf den Wert der Armee guckst, jetzt bin ich hart nach oben wieder. Ja? Das war's für heute. Ich habe euch jetzt gefallen, dann sind wir beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts, wenn ihr das vorher klickt, unten rechts, das bringt von mir und dann wieder einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss! Ciao! Tschüss! Tschüss!